So, Mann, Leute, echt, wir müssen jetzt mal anfangen. Ja, Mann, echt, Lennart, legt das Handy weg. Ja, dann legen wir einer von euch vielleicht schon eine Idee. Äh, Jamba, ne, das ist doch eine. Ja, wie wäre es, wenn wir einfach rausgehen und was machen? Ja, wer ist denn der Protagonist? Tim, oder du? Lennart? Hm, nee, lass Tim nehmen, Tim, ist gut. Ja gut, und was macht er? Was, mit dem Fahrrad vielleicht? Ja, dann könntest du aufsteigen. Was? Nein, er schiebt es einfach. Hä, Leute, heute ist es übelst kalt. Ja, und dann nimmst du dir halt eine Jacke mit. Ich hab meine Jacke heute vergessen. Ja, dann ziehst du Jonas an. Die mit den Nieten. Das passt doch gar nicht zu Tim. Dann seh ich aus wie ein Säufer, wie so ein Alki. Haben wir vier Bierflaschen, oder was? Ja, Leute, wir driften übelst vom Thema ab. Was machen wir denn jetzt? Ja, jetzt hab ich mega die Idee. Was ist, wenn du so übelst verrückt bist und mal aus dem Fenster springst? Nee, Mann, das ist viel zu hoch. Ja, dann von weiter unten. Okay, dann springst du und mit Mal fliegt. Nee, 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 das ist zu gefährlich, Leute. Da meckert Frau Fischer echt wieder rum. Was ist hier los? Wieso macht ihr hier nichts? Du hier am Handy und du schläfst und du malst da rum und wo ist überhaupt gärtner? Meint, das bewegt euch mal. Los hier, arbeiten. Fickst du zugelang nochmal. Ja gut, habt ihr denn eine bessere Idee? Äh, ja, Leute, lass mal vielleicht was ganz Simples machen. Ja, er ist in der Küche oder so. Und trinkt einen Tee oder was? Oder einen Kaffee. Nee, einen Tee. Ist doch egal. Und dann? Ist doch hammerlangweilig, Leute. Es sollte vielleicht auch ein bisschen was mit Karma vielleicht zu tun haben. Egal, wir sprechen unterwegs. Lass erstmal losgehen. Ja, Mann, Leute, wir haben kaum noch Zeit. Wir gehen jetzt einfach los und filmen. Nee, ich mach den Ton. Oh, nee, ey, bitte nicht, Lisa. Hä, wieso? Na ja, immer wenn du den Ton machst, dann... Okay. Ja, okay, dann halt nicht. Leute, ich hab echt keinen Bock mehr auf den. Das war gut.